Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Colonist und der ersten kriegerischen Mission The Mirror genannt. Wir spielen auf Normalen natürlich, Casual kann jeder. Best Time ist noch nicht erreicht, bedeutet also ich gehe jetzt mit euch das erste Mal direkt hier rein und da wollen wir doch direkt mal schauen, wie wir jetzt versagen bzw. wie wir es jetzt direkt auf Gold schaffen im ersten Anlauf. Okay, alles klar. Ich werde das ein bisschen anders angehen. Was heißt ein bisschen anders? Jetzt kriegt ihr auch mal mit, wie ich den ersten Anlauf schaffe. Wurde sich von jemandem gewünscht, der das schon gesehen hat und man möchte halt auch mal sehen, wie ich es nicht schaffe. Das war nicht ich das Ripsen, das war mein Hund, der direkt hinter mir liegt, falls ihr das gehört haben solltet. Okay, ich habe direkt als allererstes Pause gesetzt. Schauen wir mal kurz über. Hier haben wir Stein, da haben wir eine Endlos-Eisen-Mine, die hätte ich super gerne, aber hier ist auch eine. Hier ist Kohle, das heißt in die Richtung werde ich sehr schnell expandieren, weil es im Moment die einzige Kohle ist, die ich hier sehe. So, da das Ganze hier eine kriegerische Map ist, was ich ja bereits weiß, werde ich auch sehr früh auf einen Gegner treffen, vermutlich. Somit muss ich, was mache ich denn da für ein Bullshit, somit muss ich dann auch von der Planung her dementsprechend das ganze Ding ausbauen. So, gucken wir mal, das werden wir einmal hier hinbauen, dann werde ich den nächsten Watchtower in Krieg-Missionen, kenne ich noch von den Siedlern, je schneller man erweitert, desto besser ist das, wenn ich das habe. So, und wo ich ja hin möchte, das ist hier unten rein, jetzt gucke ich mal, wenn ich das, seht ihr das? Da komme ich auf jeden Fall in dieses Gebiet schon mit rein. Jetzt weiß ich allerdings überhaupt nicht, wo mein Gegner gerade ist. So, das ist erstmal nur für die Planung. Als erstes brauche ich auf jeden Fall einmal hier einen und da ich hier durch den Wald möchte, werde ich auch hier direkt noch einen weiteren hinbauen. Was ich sehr früh brauche, ist dann ebenfalls eine Sägemüle. Wo haben wir sie? Jetzt brauchen wir doch alles nicht. Forestry? Ne, brauche ich nicht. Fabrik, Sägemüle, da ist sie. So. Das war dumm. Moment. Und zwar, ich komme dann danach nicht mehr hier vorne durch. Deswegen möchte ich das vermeiden. So, aber die Höhe war richtig. Das heißt, ich kann es so rumsetzen. Jetzt geht das Ganze mit den ersten Straßen los. Die muss ich natürlich dann von hier ausbauen. Ich halte sie relativ kurz. So. 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 Das war auch dumm. Deswegen ist es gut, dass ich das Ganze jetzt auch nochmal abbrechen kann. Genau, warum war das dumm? Und zwar, ich komme dann von da oben nicht durch. Das ist das Problem, was wir dann haben werden. Somit muss ich das... So war alles. Das haut auch nicht hin und mal abbrechen. Gut, dass man das Spiel im Pause-Modus planen kann. So dürfte das funktionieren. Dann da den Stopp. Und den bauen wir dann da hin. Das Ganze können wir hier mit einem Pfad verbinden. Und das wäre dann auch der erste Schritt. Und wir können das Ganze starten. So, die nächste Straße kann ich dann jetzt schon hier rüber so planen. Den Wachtturm möchte ich auch ziemlich schnell bauen. Und was ich ebenfalls ziemlich schnell haben möchte, das wäre dann hier vorne den Anschluss, damit auch das angeschlossen wird. Was als nächstes ziemlich wichtig wird, das werde ich dann auch jetzt schon in die Planung geben. Das werden unsere Wohnhäuser. Einmal... Ja, so geht das nicht. So geht das. Zwei, drei, vier. So und so. Dann brauche ich ebenfalls... Ja, ich habe das jetzt extra noch nicht verbunden. Wie gesagt, ist auch für mich jetzt der erste Durchgang. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Aber so seht ihr dann auch mal, wie ich das von Anfang an versuche hier immer anzugehen. Dann brauchen wir das von der Seite aus. Ja, ich glaube schon. Einmal bis dahin. Damit ist jetzt erst mal das Wichtigste geschaffen. Wir haben die Wohnhäuser, wir haben einen Brunnen. Das, was jetzt als nächstes noch fehlt, ist natürlich die Nahrung. Sägemüde ist in Planung. Und was ich sehr früh machen möchte, das wird hier unser Workshop für die Forschung werden. Den kann ich direkt auch schon mal in die Planung setzen. Den bauen wir nämlich da vorne hin. Okay, jetzt haben wir erst mal hier eine Menge zu tun. Das setzen wir also kurz auf vier, damit das hier alles gebaut werden kann. Das sind ja die Grundlagen einer jeden Basis. Und ich denke nicht, dass wir bis hierhin schon mal viel falsch gemacht haben. Da ist das erste auch erforscht. Was ich hier natürlich machen möchte, ist dem den Auftrag geben, hauptsächlich hier oben das Gebiet erst mal abzubauen. Wie gesagt, oh, da sind auch noch mal Steine. Wunderbar. Da werden wir hinbauen. Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt dauert. Wir können noch mal kurz die Karte gucken. Oh, die ist gar nicht mal so groß. Ich denke, dass der Gegner hier oben sitzen wird, wo so viele Fragezeichen sind, dass er da auch eine Menge hat zum abbauen. Gut möglich, dass wir eben hier mit die Eisenproduktion abschneiden können, wenn wir da rankommen sollten sehr früh. Ähm, irgendwie passiert gerade gar nichts. Äh, Moment, Pause. Also, es passiert gerade gar nichts. Habe ich etwa zu schnell gebaut. Wir haben nämlich hier genau, wir haben hier gar keine Nahrung. Ähm, um das zu schaffen, muss ich jetzt ganz kurz was machen. Und zwar sollte ich hier die Prio einmal hochsetzen, damit das Gebäude schon mal fertig wird. Ja, komm, mach schneller, sonst ich habe Problem und ich nicht mag Problem. Okay, wenn das fertig ist, muss ich dringend noch mal Pause drücken. Das war ein, ja, ich habe einen Fehler gemacht, auf jeden Fall. Ich hätte kleiner anfangen müssen. Jetzt müssen wir nämlich warten, bis hier unsere Rakete was fertig macht. Okay, sie macht jetzt Holz fertig. Ja, komm, bringen rüber. Klop, 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 klop. Okay, zumindest, das hätte mir passt. Sehr schön. Dann wollen wir jetzt mal, ich habe direkt wieder Pause gedrückt. Eine Straße brauchen wir. Und zwar einmal, oh, wir haben ja hier gar kein, wir haben ja hier gar kein Pinökel. Die Straßenführung ist echt, ähm, ja, ungut. Wollen wir es mal so formulieren. Ähm, das heißt, ich muss die hier abreißen. Damit das irgendwie funktionieren kann. Dann reiße ich die noch ab. Baue mal eine neue. Ich hoffe. Jetzt kommen wir da nicht dran. Können wir das so? Ja, so können wir das machen. Und dann können wir das so machen, damit ich hier rauskomme. Und zwar, so. Dann brauche ich jetzt ganz dringend eine Schaffer. Rödel, rödel. Die wäre gesetzt. Die kriegt auch eine hohe Prio. Jetzt können wir es mal kurz weiterlaufen lassen. Und unter Change müssen wir jetzt hier auch mal ein paar Felder anlegen. So. So. Naja, 50 ist das nicht. Ja, komm, machen wir es so. War zwar nicht so vorgestellt, beziehungsweise so geplant, aber am Ende ist es so. So, jetzt brauchen wir als nächstes ganz dringend eine Mine. So. Die muss ebenfalls mit einer Straße verbunden werden. Das passt. So, jetzt sollten auch Energiezellen produziert werden. Wir können mal lieber die Geschwindigkeit auf die Hälfte setzen. Da ist die erste Nahrung produziert worden. Und dann, das sieht natürlich ein bisschen doof aus, wie der Weg hier führt. Jetzt sollte, Moment, als nächstes dieses Gebäude mit einer Prio gebaut werden, damit wir den Workshop fertig bekommen. Und dann im Anschluss, doch, der Workshop, genau. So, der wird auch auf eine Prio gesetzt. Oh, ich glaube, wir haben schon so viel verkackt am Anfang, dass wir jetzt echt ein Problem kriegen werden. So, ich habe aber noch nicht raus, was jetzt unsere Militärgebäude sind. Es kann also gut sein, dass wir sehr lange Zeit nichts angreifen können. Da werde ich aber gleich sehr zügig in die Militärforschung gehen. Aber ich werde, denke ich, zuerst auf die Produktionskette gehen. Construction. Was ist denn jetzt hier? Wieso seid ihr noch nicht fertig? Gut, da fehlen noch Hölzer. Hölzer werden aber an zwei Stellen abgebaut. Ja, das ist korrekt. Ja, zwei Stellen sind halt doch zu wenig. Da müssen wir auf jeden Fall sehr zeitnah erweitern, dass wir mehr Holz auch in das gesamte System reinbekommen. Ebenfalls Stein werde ich sehr früh eine zweite Mine bauen. Wirtschaft ist im Krieg, glaube ich, immer alles. Ob das dann auch hier in diesem Spiel so ist, weiß ich allerdings noch nicht. Wird sich zeigen. Wir haben aktuell hier noch 35 Steine zur Verfügung. Das ist sehr, sehr wenig. Und deswegen plane ich auch hier nach oben schon mal eine weitere Expansion. Dann können wir hier die Straße hoch, hoch und rüber. Dann hätten wir das auch. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dann gleich Kohle zu generieren. Und das freut mich schon mal. Da ist was fertig geworden. Oh, da ist der Gegner. Lage ich also doch richtig mit meiner Vermutung, dass er sich hier unten auffällt. So, dann möchte ich das nutzen, um ihm eventuell den Weg abzuschneiden. So, Fahrt, zack, zack, zack. Ah, passt nicht dran. Dann machen wir es so und so. Ich könnte natürlich jetzt die Prio hochsetzen, aber das bedeutet für mich, erstmal, da wir nur einen Gegner haben, dass ich hier in dieser Region eigentlich recht sicher bin. Achso, das war nur die Gebietserweiterung. Okay, alles klar. Ich habe trotzdem noch mal Pause gedrückt. Ich möchte jetzt ihm sagen, nee, nix Prio. Ich möchte ihm sagen, dass er sich hier um die Ecke kümmern soll, dass wir da oben auch rankommen an die Steine. Und wir werden dann bald einen zweiten Holzfäller auch hier oben reinbauen, dass wir noch mehr Holz generieren. Das hätten wir dann hier, der Lumberjack. Wer kennt den nicht, den guten Lumberjack? So, die Ecke ist frei. Okay, das bedeutet, an der Stelle können wir nachher ziemlich viel mit Plantagen und allem arbeiten. Deswegen wird das hier auch nicht wirklich aufgeforstet. Da habe ich zumindest kein Interesse dran aktuell. Hier fehlt auf jeden Fall Nahrung. Die sollten wir dann aber auch, wie gesagt, bald ranbekommen können. Da müssen wir dann gucken. Ich glaube, die liefern wir dann von hier an. Das machen wir jetzt auch schon mal, indem wir sagen, ey, pass auf Kollege, Schafarm. Einmal hier. Und dann die Felderchen. In der Ecke werden wir eh nichts bauen können. Ob das 50 sind, glaube ich nicht. 32 ist halt nicht 50. So, so, und dann haben wir 5, glaube ich, hier. Passt. Gut, dann fehlen uns als nächstes, dass wir sowas wie Äpfel in der Produktion noch haben. Denke aber, dass wir das sehr zeitnah hinkriegen. Oh, wir haben keine Forschung gelaufen. Select Research. Wir fangen direkt mal an. Das wäre Holz. Ich glaube, Stein haben wir mehr. Nee, haben wir auch nicht. Doch, da liegen eine ganze Menge Steine. Und, oh, die Sägemüde ist auch schon. You lost territory. Oh, 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 oh. Da ist, Moment, da ist endlos Kohle. Die darf er natürlich auch nicht bekommen. Das ist ja mal so absolut sicher. Wie machen wir das? So hätten wir sie direkt angeschlossen, ne? Die Frage ist nur, wenn das ist wie bei Siedler zum Beispiel, dann dürften wir das Territorium, also dürft ihr erst mit einem Ding hier abfangen können. Ich möchte aber jetzt an der Stelle das einfach mal priorisieren, damit das auch zügig fertig gebaut wird. Und ich würde am liebsten sagen, dass wir dazwischen noch einen Turm bauen, wenn das irgendwas ist. Oh, 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 oh. Okay, uns gehen die Steine aus. Das ist nicht gut. So, da können wir dann hier die Straße auch anschließen. Okay, da ist eine Forschung fertig geworden. So, jetzt können wir das ganze Ding aber, ja, nervt mich nicht. Ich will da oben an die Steine dran, denn dann ist ja auch gut. Was wir auch machen könnten, wären, dass wir hier vorne nochmal ein bisschen mehr Stein bekommen. Da setzen wir jetzt hier einfach noch einen weiteren Watchtower. Und den schließen wir dann auch an das Straßennetz an. Machen wir aber so rum. So. Und da haben wir die Mine, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal, ob wir hier, ja, hier können wir normalerweise keine weiteren Tower hinbauen. Aber das wäre doch super, wenn das so funktionieren würde, oder? Wunderbar. Wunderbar. Und den jetzt auch, oh, der ist direkt im Radius von 2. Ich weiß nicht, wie gut ich das gerade finde. Okay, hier sind wir auf jeden Fall jetzt auch in der Lage, ich muss mal ganz kurz Pause drücken, Stein abzubauen. Deswegen möchte ich hier auch jetzt eine Mine hinbauen. So. Das bedeutet aber, wir brauchen eine Straße. Ihr seht das normalerweise immer in den Lösungen von mir, dass ich nie Pause drücke. Das mache ich halt nur beim ersten Mal, wenn ich ein Spiel spiele, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen, weil ich weiß, wo die Probleme, also erstmal jetzt nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Deswegen ist es dann, finde ich, immer ganz praktisch, den Pausenmodus auch mal zu verwenden. So. Jetzt dürfte hier, Select Research, genau, 10 Holz, das müsste zügig durchgehen. Und wir lassen weiterlaufen. Gucken, wie lange wir dafür die Forschung brauchen. Ich denke mal, nicht so lange. Ja, das rennt halt richtig durch, wie man schon sieht. Klar, wir brauchen jetzt Energie, die wird aber schon herangebracht. Und ganz schnell nochmal Pause, denn ich habe jetzt was. Oh, da oben ist eine endlose Steinmine. Das heißt, ich muss da oben auch hin. Moment, das bedeutet, wir bauen hier einen Watchtower. Am besten so, dass wir das... Ja, so haben wir die Mine direkt drin. Dann brauche ich hier vorne nochmal ein paar Gebäude. Und zwar planen wir das mal direkt richtig, so wie ich mir das dann auch vorstelle am Ende. 1, 2, 3. Dann dann einen Förster und dann einen Förster. Dann den Pfad hiermit verbinden. So. Und das wird dann unser nächstes großes Bauprojekt. Dem kann ich schon mal sagen, Pflanze, Bäume. Hier darfst du alles vollbauen. Und das werden wir dem hier ebenfalls sagen, dass er dieselbe Berechtigung kriegt. Auch hier alles vollbauen. Dann zwei Förster sollten es schaffen, gegen alles soweit anzustinkern. Ich habe nochmal Pause gedrückt, denn ich habe vergessen, den Watchtower hier hinten auch anzuschließen. Das machen wir so. Und dann dürfte das passen, weil dann können wir hier außenrum weiterbauen. Okay. Das hätten wir auch. Wie gesagt, ihr könnt ja dann auch nachher im Spiel Pause drücken. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es wie bei Rareware Empire zum Beispiel ist. Dass man ein Defizit darauf bekommt, wenn man Pause drückt. Und da haben wir ein bisschen was an Gebiet verloren. Aber wir haben den Tower fertig. Und der Gegner war auch gerade einen am Bauen. Wow. Wunderbar. Damit gehört die Kohlemine uns. Aktuell brauchen wir diese allerdings noch nicht. Was sagst du? Research is complete. Dann starten wir direkt mal die nächste. Und nachdem wir dann Construction haben, gucke ich mal, dass ich mich ein bisschen mehr ums Militär kümmere. Ich glaube nämlich, dass das eine unserer nächsten Aufgaben wird. Und dass dieses dann auch funktioniert. Jetzt brauchen wir natürlich eine ganze Menge Stein. Dadurch, dass wir hier aber eigentlich ganz gut am Bauen sind gerade. Würde ich sagen, funktioniert das auch. Dass wir die Rohstoffe ranbekommen, die wir hier benötigen. Klar, wir haben jetzt ein bisschen zu wenig Holz. Das muss jetzt erstmal gepflanzt werden. Der erste Förster ist dran. Der zweite auch, wie ich gerade sehe. Stein wird von zwei Seiten produziert. Die Sägemühle sollte dann auch genug Holz zusammenbekommen. Und da sind wir eigentlich auf einem noch ganz guten Weg. Wenn ich das so richtig erkenne, da der dieselben Gebäude hat, was hat er denn da? Ein Workshop? Er hat halt auch nur einen kleinen Workshop. Er ist somit auch noch nicht in Stufe 2, wenn ich das richtig einschätze. Bin ich ja mal gespannt. Ich versuche halt, forschungstechnisch schneller zu sein als er. Vielleicht brauchen wir auch noch eine zweite Sägemühle. Denn uns ist das Holz ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder ausgegangen. Das würde ich gerne hier diesmal vermeiden. Wo können wir die denn am besten hinbauen? Ich glaube, hier würde die gut reinpassen. Also zweimal Stein, zweimal Holzbretter ist für mich eigentlich eine ganz gute Startproduktion. Klar, die haben jetzt so wenig Batterien. Das heißt, wir müssen uns auch um mehr Wohnhäuser kümmern. Werde ich auch zeitnah jetzt erledigen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich die hinbaue. Ich glaube, dass ich hier unten in der Region nochmal ein paar Wohnhäuser baue. Aber Glauben ist nicht Wissen. Das heißt, das kann sich gleich ganz schnell ändern. Ich hätte jetzt gerne den Anschluss da oben ran. Batterien sind halt wirklich ein Problem gerade. Da muss ich mir jetzt sehr schnell was einfallen lassen. Was machst du da? Ich sage nur eins. Ich finde das nicht lustig. Und da wird der Onkel Joseco gleich was gegen unternehmen. Was macht die Forschung? Die Forschung sagt, ich komme nicht weiter, weil Holzplanken fehlen. Und die fehlen, weil Batterien fehlen. Okay, das bedeutet für mich, einmal hier Change. Da nehme ich ein bisschen was weg, damit ich das da hinsetzen kann. Ja, mehr nicht. Des Weiteren werde ich dann jetzt hier eins, nochmal zwei Wohnhäuser hinbauen. Damit sind wir mal bei acht. Was machst du? Du brauchst da noch einen Watchtower? Das finde ich aber jetzt überhaupt nicht nett, mein Freund. Können wir dagegen arbeiten? So, probieren wir das mal, ob wir schneller bauen als er. So, den setzen wir jetzt mal auf Hi-Prio. So, oben den Watchtower haben wir fertig. Den da. Und damit kommen wir auch auf jeden Fall schon mal gleich an die Mine ran. Hier fehlt natürlich noch ein bisschen Holzplanken. Der Arbeiter ist bei mir schon da, bei ihm auch. Jetzt geht es darum, wer schneller sein Holz und alles darüber transportiert bekommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass er schneller sein wird. Ja, ich weiß nicht, ob er da schneller ist. Bei mir ist das zweite schon auf dem Weg, bei ihm auch. Das dritte ist bei mir auf dem Weg. Bei mir ist alles auf dem Weg, wenn ich das richtig sehe und deute. Wenn ich ihn anklicke, sehe ich auch nicht, wie weit sein Gebäude ist. Aber, Watchtower, es sind alle auf dem Weg. Das wird wirklich mega, mega eng, ne? Also, bei ihm ist das letzte da unten. Bei mir. Ich könnte das echt noch schaffen. Weil er hat einen ziemlich langen Laufweg. Und das könnte am Ende... Okay, es hat... Ne, da kommt noch eins. Er hat sie noch nicht alle da. Ich schon. Gut, meiner läuft, mein Turm ist fertig. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Gut, da läuft mein Manneken schon. Das müsste ich geschafft haben. Wow. Da konnte ich das gerade nochmal abwenden. Jetzt ist die Frage, hier fehlen immer noch fünf. Unsere Sommel hat natürlich jetzt acht Holz verloren. Das ist ganz klar. Ist er denn jetzt auf Stufe 2? Nein. Sein Workshop ist ebenfalls noch auf der Low-Stufe. Aber das heißt nichts. Er kann die Forschung ja trotzdem schon durch haben, ne? Ich will ihn sofort aufbauen, dass ich die besseren Forschungen machen kann. So, schauen wir mal. Ein Holz noch. Ja, den fehlt allen Holz. Den fehlt auch unter anderem Wasser. Ich werde da gleich noch einen zweiten Brunnen mit reinbauen. Und das letzte Holz läuft. Wir sehen es hier vorne gerade ankommen. Da ist es halt gut, dass die alle hier über einen eigenen Weg kommen. Und da ist die letzte Forschung. So, passt. Und Select Upgrade. Jetzt wollen wir nochmal acht Holz. Und die Steine sind schon auf dem Weg. Ich denke auch, dass das Holz sehr zeitnah da ist. Und dann schauen wir mal gleich in die Forschung, was wir denn bauen können, um vielleicht unsere Türmchen und sowas alles zu verstärken. Um da schon mal einen Ausbau auf die Reihe zu kriegen. Oh, und jetzt hat er den auch in Auftrag gegeben. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich muss also wirklich was finden. Ich meine, ich hätte da in der Forschung auch schon mal irgendwo was gesehen. Select Research. Was können wir denn da unter Military? Genau, hier ist die Verteilung. Oh, Pfeile. Das wäre natürlich auch was. Dann könnten wir schon mal ein bisschen schießen vielleicht. Zumal das auch nur normales Holz kostet und zehn Steine. Die dürften wir haben. Gucken wir mal, wie weit bist du? Oh, da sind schon die letzten Sachen so gut wie auf dem Weg. Ja, komm mal, fertig. Ja, es ist noch nicht alles auf dem Weg. Da kommt auch noch ein Stein und einer fehlt noch gänzlich. Wobei, der wird da gerade gesägt, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Okay, Upgrade completed. Das heißt, wir können jetzt die Forschung und ich werde sofort auf Angriff setzen. Ich will hier nicht irgendwie in der Deckung gucken. So. Dann gucken wir mal. Wir haben die Geschwindigkeit immer noch auf zwei. Nur, wie gesagt, wenn ich genau weiß, was auf mich zukommt, spiele ich auf einer hohen Geschwindigkeit. Jetzt könnten wir natürlich auch die Vorbereitung machen für die nächste Stufe der Gebäude. Boah, ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, aktuell bin ich davon noch nicht so überzeugt, dass wir das schon machen sollten. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist damit anfangen. Das heißt, ich gebe das schon mal in Auftrag. Es braucht nämlich auch wieder Holzplankensäder. Und genau das ist halt so eine Sache. 4, damit haben wir da 8 und hier bauen wir auch nochmal 2 hin. Dann haben wir die 10. Vielleicht die 2, komm, die machen wir nochmal weg. Die sind da jetzt nicht ganz so gut. Das können wir dann lieber hier hinsetzen, damit wir dann die Eisenmine noch im Zweifelsfalle dran bekommen. Da wird was hochgeliefert. Liegt das daran, dass die Forschung alles hat, was... Ah ja, stimmt, die braucht normales Holz. So, die Prio ist immer noch auf ganz... Oh, wir können das gar nicht erforschen. Wir brauchen das Ding. Oh, shit, 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 shit. Das heißt, ganz schnell, das Ding muss auch gebaut werden. Und damit sollten wir doch eigentlich alles haben, was wir brauchen, oder? Ja, hier mal eine Prio drauf. Dann hier mal eine Prio drauf. Und danach werden wir hier 2 Häuser schnell aufbauen. Jetzt die Frage, hat er das schon? Ne, er hat sie auch noch nicht. Ich finde das gut, dass ich so viel bei ihm sehen kann. Macht es für mich natürlich gerade echt ein bisschen einfacher. Um ungefähr zu sehen, ob ich gut oder schlecht dastehe. Was hier natürlich jetzt ein bisschen fatal ist, dass wir wirklich durch dieses Wohngebiet durchmüssen. Aber es ist auch, denke ich, nur eine Frage der Zeit. Dann baue ich hier hinten rum nämlich den Transportweg, dass die Stadt einfach ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird. Der hat sich aber auch hier sehr schön eingeschanzt um seine Steine. Okay, das Gebäude ist jetzt fertig und nimmt den Betrieb auf. Und hier sind auch so gut wie alle Planken schon vorhanden. Diese letzten Sachen sind auf jeden Fall auf dem Weg. Damit dürften wir dann auch sagen können, hier, pass auf, fangen wir damit an, das aufzuwerten. Und werte auch eben mal das auf. Dann brauchen wir von jedem nochmal 10, bevor wir dann in den Start gehen, die Arrows zu erforschen. Und ich möchte danach hier auf jeden Fall, ich denke, dass ich die Terme dann upgraden kann damit, möchte ich dann auf jeden Fall sofort machen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze im Spiel auswirkt. Die Zielerpresse ist ebenfalls fertig. Und jetzt geht es nur noch hier darum, diese zwei Gebäude. Setze ich mal auf eins, kurz eine Prio. Nur damit das zuerst fertig wird. Wie wir sehen, es sind erst zwei Holzplanken auf dem Weg. Aber ich glaube, dass das hier auch ganz gute Lösung ist mit drei Holzfällern und zweimal einer Fabrik. Und ich muss dann mal gucken, wie das dann auch vielleicht munitionstechnisch, ich weiß nicht, aussieht. Oder haben die dann unendlich Schuss, weil das ist ja irgendwie dann auch doof. Also ich fände es gut für mich, aber würde es dann vielleicht ein bisschen zu einfach machen. Einfach mal schauen. Wie gesagt, ich weiß das noch nicht. Da sind die letzten zwei, ist angezeigt, sind auf dem Weg. Und sobald dann hier das Gebäude fertig ist. Oh, das andere auch direkt. Die haben also doch beide beliefert. Ja, okay. Dann ist das halt so. Jetzt müsste hier aber angefangen werden, auch die Sachen jetzt einzulagern. Oder lagern sie die erst ein, wenn Energie vorhanden? Was mir auffällt, das fällt mir jetzt schon länger auf. Wir haben wirklich zu wenig Wasser. Ich werde jetzt hier mal einen zweiten Brunnen hinbauen. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Der kostet, glaube ich, auch nur ein Holz. Deswegen kann ich das noch verkaufen. Wir haben die erste Energiezelle erzeugt. Gut, hier wird dann auch ein bisschen was angeliefert. Ja, wir haben immer noch viel zu wenig Holz. Die Frage ist, wenn ich jetzt noch einen weiteren hinbaue, dann geht das aber auch nicht auf. Was ich aber machen könnte, wäre hier unten, pass mal auf, könnte ich nochmal einen Förster hinbauen. Der kostet aber, glaube ich, auch... Was kostet denn der im Bau eigentlich? Doch, der kostet auch zwei Loks. Damit kann man sich also doch wirklich kaputt machen am Anfang. Wenn man, sag schnell, sich verbaut und auf einmal kein Holz mehr hat, dann ist man echt ganz schön am Hintern. Wenn wir es mal freundlich formulieren wollen. Gut, da sind schon drei von 20 drin. Was sagen seine Häuschen? Er hat sie zumindest hier vorne noch nicht geupgradet, oder? Sind das geupgradete Häuser? Nee. Nee, nee. Der hat sie noch alle auf einer Stufe tiefer. Ich bin also forschungstechnisch, wenn ich das richtig sehe, ein klein bisschen weiter als er. Hatte ich das nicht auch als Upgrade eingereicht? Bin mir da nicht mehr so sicher. Jetzt ist es das auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Da fehlen noch ein paar Steine. Ich hätte vielleicht in der Zwischenzeit doch das ein oder andere erforschen sollen. Ich könnte ja nicht ahnen, dass ich da so lange brauche. Aus der ersten Reihe hätte ich ja noch ein paar Forschungen machen können. Game was saved. Hoffen wir mal, dass das gut ausgeht. Die Försterei hier unten ist fertig. Damit dürfte dann der auch gleich in die Holzproduktion einsteigen. Und dann... Sind wir mal gespannt. Ein Holz ist noch auf dem Weg. Schauen wir mal, wo das hinführt. Dauert halt echt ziemlich lange, muss ich sagen. Upgrade complete. Okay, das ist dann unsere zweite Farm. Es liegt halt immer noch an den Energiezellen. Können wir sagen, was wir wollen. Aber dadurch, dass wir jetzt das zweite Haus fertig haben, sollte das ein bisschen schneller gehen. Da ist schon wieder ein Holz auf dem Weg. Das ist auch gut. Ein für sich, glaube ich, haben wir auch genug Holz. Wenn wir genug Energie hätten, dass er da auch durchbauen kann. Was macht er? Ich habe immer so ein Auge auf ihn. Nicht, dass er da anfängt, irgendwie Blödsinn zu machen. Da warte ich eigentlich nur drauf, weil ich jetzt gerade wirklich ein kleines Hängen im Spiel habe. Heißt, ich komme planmäßig nicht so gut weiter, wie ich das gerne würde. So, die Steine sind alle da. Jetzt dürfte nur noch Holz fehlen. Wir brauchen drei, sehe ich das richtig? Drei Energie zu vier Holz im Verbrauch. Jedenfalls wird es jetzt schneller. Wir sind bei 13, die da sind. Der Turm kann drei andere angreifen, würde ich fast sagen. Es ist ja wirklich die Frage gleich. Wie wird das gebaut? Error sind Pfeile. Deswegen, da ich vermute, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt voll falsch liege und gerade richtig scheiße baue. Das kann jetzt passieren. Aber ich möchte es riskieren, ob ich dann Holzstämme für brauche. Dann hätte ich nämlich da schon an der Front so eine kleine Holzproduktion. Da kann ich dem Förster auch mal direkt hier ein Einzugsgebiet geben. Das darfst du dann hier vorne nutzen, die ganze Ecke am besten. Ich hoffe, dass das richtig ist. Oh, Moment. Wir haben die Errors erforscht. Das heißt, wir können direkt mal erst sagen, was machen wir als nächstes? Repair wäre auch gut, wenn wir angegriffen werden. Reduce Damage to your military bodies. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was ist das denn hier? Irgend so etwas Spirituelles, oder? Sehe ich das falsch? Increased Research Speed. Ja, okay. Transport. Das brauchen wir auch nicht. Mining wäre ganz praktisch, dass wir auf die anderen Sachen kommen. Was können wir denn sonst noch hier? Gucken wir mal weiter bei Militär erstmal. So, da brauchen wir dann Nägel für, damit wir stärkere Pfeile machen. Da machen die 50% mehr Dips. Ich glaube, dass wir uns in diese Richtung entwickeln sollten. Dafür sollten wir aber vorab erstmal hier, glaube ich, dieses Armor machen. Das sind nämlich Holzplanken nur. Und nicht mal so viele. Das werden wir jetzt auch erstmal machen. Und danach gehen wir in die Forschung. Also ich denke schon, dass ich jetzt Richtung Militärforschung gehe. Was sagt eigentlich hier unser Capture Colony Chip? Oh, ich soll sein Schiff zerstören. Okay, das wird also echt eine... Habe ich da irgendwie eine Zeitbegrenzung für? Hier steht halt nicht, wann ich welche Auszeichnung bekomme. Okay, auf jeden Fall, die Forschung läuft. Oh, mal ganz kurz. Was haben wir denn jetzt hier? Ich habe Pause wieder. Gucken. Was haben wir denn hier? Das ist ein Hafen, den brauche ich gerade gar nicht. Die Tracks brauche ich nicht. Das klein... Was bringt mir das kleine Monument eigentlich so generell? Ich glaube gar nichts, oder? Info. Bring glory to your colony. Ja, toll, schön. Juckt mich nicht. Militär. Fletcher. Fletcher ist doch... Genau, hier. Der baut Bögen. Oh, da habe ich zufällig echt Glück gehabt. Das werden wir hier oben hinbauen. Damit wir direkt an der Front dann die ganzen Sachen haben. Jetzt ist natürlich die Frage... Moment mal. Was ich ja vermutet habe, ist, dass wir das upgraden können. Ja, können wir auch. Sehr nice. Das werde ich dann auch jetzt in Auftrag geben. So. Fangen wir da schon mal an. Und fangen wir das an. Ob das so sind? Ah, wir können immer nur eins upgraden. Das heißt, eins nach dem anderen. Okay, ich verstehe. Das ist mir auch neu gewesen. Deswegen funktionierte das mit diesen zwei Wohnhäusern nicht. Können wir denn jetzt... Ja, können wir, glaube ich, im Baumenü direkt die besseren Sachen ausbauen. Wir haben irgendwo einen Lagerstau. Ja, hier vorne. Das sieht auch mega voll aus. Liegt aber auch daran, dass jetzt hier alles ins Upgrade geht. Da sind auch schon alle sieben auf dem Weg gerade. Jetzt sind acht auf dem Weg von 16. Und da sind auch die ersten schon durch. Das klappt also so. Und warum hängst du bitte fest? Du brauchst auch Stein und noch ein bisschen Holzplanken. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Was machst du denn? Oh, der ist sogar fertig. Das heißt, ich werde jetzt hier auf jeden Fall auch eine Prio. Ich möchte halt genug Waffen verfügbar haben. Deswegen erst mal hochsetzen. Und dann denke ich, dass dieser Holzfäller da auch gleich ganz gut arbeiten wird. So, die Hälfte scheint fertig zu sein und es ist alles auf dem Weg. Ich muss sagen, ich bin zufrieden bisher. Hat er schon Gebäude ausgebaut? Nee, hat er noch nicht. Das sieht also bis jetzt noch echt gut aus für uns. Gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn das fertig ist. Oh, wir haben die ersten Pfeile hergestellt. Dann geht es weiter in die Forschung. Also hier oben können wir Kohle endlos abbauen. Hier können wir Eisen. Das heißt, ich werde hier vorne irgendwie eine Eisenproduktion zwischenquetschen. Irgendwie ist gut formuliert. Ich habe die Minen noch gar nicht erforscht. Aber dafür habe ich Rüstung 1 erforscht. Okay, alles klar. Select Research. Dann werden wir jetzt auf Repair, um unsere Gebäude auch ein bisschen schneller reparieren zu können. Ich habe fast das Gefühl, dass ich ihn wirklich von allem Eisen und sowas abgeschnitten habe und er deswegen nicht wirklich weiterkommt. Er hat ja die Gebäude auch noch nicht. Aber er geht auch nicht an die Steine wirklich dran. Er scheint gefühlt ein bisschen festzuhängen. Oh, Leute, Leute. Mein Tower macht seinen Tower. Ein bisschen Dips. Das sieht gut aus. Das freut mich. So will ich das haben. Start Upgrade. Ja, Start Upgrade. Hier haben wir die nächste Forschung auch in Auftrag gegeben. Kann er das jetzt schneller reparieren, als wir es kaputt machen? Das wäre natürlich mega mies. Ja, ne, es geht langsam aber sicher runter. Wenn wir den jetzt noch dazu haben und der dann zufällig ist, kann ich das eigentlich auswählen, auf was der schießt. Muss ich gleich mal gucken. Es geht auf jeden Fall runter für ihn. Schauen wir mal, wie lange. So, als nächstes werde ich auf jeden Fall dann Mining erforschen, damit wir an diese Minen rankommen. Wir haben jetzt die Kohle Mine oben und wir hätten dann hier auch die Möglichkeit auch für eine endlose Steinmine. Das mag ich gerne, glaube ich. Vielleicht noch einen zweiten Fletcher bauen, dass wir noch schneller die Pfeile produzieren, weil er braucht scheinbar welche. Vor allem, was passiert dann? Dann geht das einfach nur ins Gebiet und dann müssen wir dann wieder Tower Race machen, wer am nächsten drankommt. Ich weiß es nicht. Noch weiß ich aber, dass es nicht schlecht für uns aussieht, da wir die Ersten sind, die schießen. Gut, ist das erste Kriegslevel, ne? Vermutlich ist es deswegen auch ein bisschen einfacher. Ich habe immer noch... Ne, habe ich nicht drin gehabt. Was haben wir denn hier? Zwei Steine brauchen wir noch und zwei Holzbretter. Das geht aber nicht hier hin, das geht in den Ausbau. Okay. Oder? Ja, das geht in den Ausbau. Dann würde ich sagen, ist im Hausbau... Hausbau? Ausbau. So gut wie alles drin. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Stein und viel mehr Holz, damit das noch schneller funktioniert. Geht nicht, wir brauchen Mining. Also kurz warten, wenn wir den Tower ausgebaut haben hier vorne. Ja gut, jetzt schafft er das auch wieder gegen zu arbeiten. Aber doch nicht. Da hat er wieder eins auf die Nuss gekriegt. Und wir müssten... Was ist das denn? Oh, Kanonen werden 40 Schaden. Na gut, na gut. Können wir jetzt gerade nicht ändern. Oh, ich kann das Tier wirklich auswählen, oder? Ja. Change Target. Das heißt, wenn der jetzt gleich fertig ist, da fehlt noch eine Holzflanke, die da eben auf den Weg gegeben worden ist. Und dann müsste jetzt auch dieses Gebäude den letzten Stein jeden Moment bekommen. Und dann dürfte man in die Forschung für Mining gehen. So, das letzte ist auf dem Weg. Hier oben ist das letzte auch auf dem Weg. Da werden wieder die Türme mit Pfeilen beladen. Der hat zu wenig Holz, wenn ich das richtig sehe. Das wird halt einmal quer hier rüber geliefert. Das finde ich nicht ganz so toll. Was war Forschung fertig, ne? Ja, Select Research. Wir gehen eben mal auf Mining und starten das Ganze, damit wir dann in die Eisenproduktion gehen können. Was ist da passiert? Warum brennt es da? Ah, okay, okay, ich verstehe. Also wenn das Ding vergrößert wird, ausgebaut wird, nehmen wir auch automatisch ein bisschen mehr Land und dadurch haben wir jetzt eine Plantage erwischt. Und wir konnten hier die Straße unterbrechen, womit ich glaube, dass dieses Gebäude nicht mehr angeschlossen ist und dementsprechend gleich kaputt gehen dürfte. Wenn dem so ist, gerne doch. So, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Turm. Jetzt wählen wir hier den zweiten direkt aus und den können wir hier nicht hinbauen. Warum sind die wirklich so viel zu nah dran? Weil dann müssen wir den Krieg über diese Ebene gewinnen, was ich irgendwie ein bisschen schwierig finde, glaube ich. Weil der Turm kann den ja nicht angreifen und der kann den nicht angreifen. Da muss es also nachher noch was anderes geben, um da durchzukommen. Und warum wird das immer noch repariert? Das auf jeden Fall nicht. Oh, die sind gar nicht mehr angeschlossen. Wir haben das gesamte Ding unterbrochen. Ey, wie geil ist das denn? Ich glaube, wir haben ja mega das Glück gerade. Research läuft. Wir brauchen noch 13 Holzbretter, ein bisschen Energiezellen. Er hat immer noch keine Stufe 2 Gebäude, wenn ich das richtig sehe, aber seine Forschung läuft. Das heißt, er isst, was er macht. Die Frage ist halt, was macht er gerade? Und was passiert, wenn das Ding jetzt kaputt geht? Ich hätte mich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, keine Lust, dass wir da so ein richtiges Race draus machen, wer am schnellsten wieder alles aufgebaut hat. Und ich glaube auch, dass wir da gar nicht dran kommen an das Gebäude, falls wir das wie bei Siedler einfach übernehmen. Aber wir werden es gleich wissen, denn so wie es aussieht, ist es gleich kaputt. So, Research, ich lasse sie auf jeden Fall durchlaufen. Warum braucht die so lange? Das ist jetzt die Frage, die ich mir eben stelle, weil wir doch eigentlich aus zwei Quellen jetzt in der Sägemühle Sachen bekommen müssten. Aber wir haben zu wenig Holz. Vielleicht sollte ich doch die Holzproduktion noch ein bisschen ankurbeln. Ach, komm, nee, 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 das wird schon. Andererseits, es ist im Spiel immer so, mach Stress ohne Ende, ne? Da werden neue Pfeile geliefert, gucken, ob die direkt hier hinkommen. Da schießt der Turm wieder und wir haben den Turm übernommen. Okay, alles klar. Das bedeutet, wir dürfen jetzt einmal Straßen bauen. Na gut, wir werden dann hier zwischenlang gehen, glaube ich, weil anders geht das nicht. Wir kommen ja hier nicht wirklich dran, ne? Na gut, dann ist der Turm ja auch jetzt jeden Moment uns. Dürfte ja nicht mehr so lange dauern jetzt. Und die Forschung ist bei 17 von 20. Ist die Frage, geht der jetzt weiter kaputt? Ne. Ah, okay, solange er repariert werden muss, kann man es nicht upgraden. Das ist auch gut zu wissen. Das war da nicht, wenn wir unter Beschuss stehen, an der Front anfangen können, die Gebäude auszubauen. Dass wir das erst reparieren müssen. Oh, Forschung complete. Das bedeutet für mich, an dieser Stelle, wir werden weitermachen mit einem Minenschacht. Zack, damit hätten wir dann Eisen. Und dann hätten wir hier, äh, schlecht. War das mit F? Kommen wir dann, perfekt. Wir haben ein Glück. Ich zumindest. So, und so. Damit ist die Kohle angeschlossen. Eisen würde ich dann gerne hier oben drüber leiten. Dass wir irgendwie hier eine Verbindung schaffen. So. 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 Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Was meint ihr? Also ich meine schon, dass das funktionieren sollte. Das, äh, die zwei sind im Weg. Shit. Kann ich die irgendwie primär platt machen. Erstmal sollte ich dann jetzt hier sagen, dass ihr die beiden nicht mehr machen dürft. Und dem sollte ich jetzt sagen, dass er versuchen soll, die beiden abzubauen. Und das müsste dann auch gleich erledigt sein. Und das, des Weiteren können wir jetzt unter den Fabriken den Schmelzofen bauen. Davon dürften wir dann auch, glaube ich, zwei brauchen. Ganz kurz. Baue ich den da hin. Dann kriegen wir hier oben auf jeden Fall schon mal Eisen und Werkzeuge. Da ist das Ding auch erledigt. Wir werden also jetzt... Oh, die schießen es schon. Oh, er baut den Turm aus. Dann wird es jetzt gleich spannend. Freunde. So, einmal das hier. Dann das hier. Das hier. So, dann kann ich den hier auf Repairing... Muss man den anklicken zum Reparieren oder machen die das automatisch? Oh, sie machen es automatisch. Der dürfte doch eigentlich überhaupt nicht ausbauen, weil er unter Beschuss steht, oder? Also weil er nicht ganz ist. Was hast denn du da vor? Oh, du wolltest da eine Schmiede bauen. Gut, auf jeden Fall, er hat ein großes Gebäude gebaut. So, wir sind zwei Minen anbauen. Die erste Mino ist sogar fertig, wenn ich das... Ja, die arbeitet. Die zwei Gebäude dürfen dann auch zügig fertig werden. Das läuft halt dummerweise jetzt alles hier drüber. Und er hat den Tower fertig bekommen. Das wundert mich ein bisschen, dass er das geschafft hat. Scheinbar hat er aber keine Pfeile. Er fließt nämlich zumindest nicht zurück. Gut, wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. So, auf jeden Fall müssen wir dann hingehen und sagen, hey, wir bauen die anderen Türme auch aus. Einfach nur, um eine bessere Versorgung dran zu haben. Warum arbeitest du nicht? Du hast keine Energiezellen. Okay. So, das können wir erstmal in der Prio runtersetzen. Ebenfalls. Was ist das eigentlich? Ach, die Schafhahn kann runtergesetzt werden. Die muss nicht mehr so schnell beliefert werden. Das darf auch runter, weil wir wollten es ja nur schnell fertig bauen. Der Turm wird weitergebaut und können wir dann gleich auch ausbauen. Warum haben die da Steine liegen? Ach, zu Reparaturzwecken. Okay. So, hier sind Pfeile noch daneben. Kohle wird oben geliefert. Hier fehlt es überall in Energiezellen, Leute. Bedeutet für mich einfach ganz klar, dass wir bauen müssen. Was brauchen wir alles? Wir brauchen also die Häuser und wir brauchen Wasser. Das könnten wir eigentlich hier super gut bauen, alles. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann, ich mache mal ganz kurz Pause. Nicht, dass wir zu viel Zeit hier verlieren. Die Schafhahn kann da die Straße bekommen. Dann kommen wir aber da oben nicht mehr dran. So, so können wir das, glaube ich, handhaben. Dann möchte ich erstmal mit dem anfangen. Ne, mit dem. Change. So, 28. Das passt halt voll nicht. So. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Und zwar wäre das nämlich wichtig, dass wir jetzt hier auch noch die... Ja, seht ihr? Die passt nämlich dann nicht mehr. Das heißt, ich kann das so nicht lassen. Dementsprechend gut, dass wir Pause gedrückt haben. Abriss. Planung ein bisschen anders. Und zwar setzen wir erst die Steinmine. Dann jetzt die Schafhahn. Die kann dann ja auch direkt daneben. Das ist ja kein Problem. Dann unter Change einmal hier rein. Macht das alles schön zu. So. So. 36. 40. Und so um die Ecke. Dann hat er schon mal seine 50. 50. So. Bei ihm können wir sagen, damit du deine 50 bekommst, du gehst hier rüber. Wir lassen das mal offen. So. Und das können wir hier auf jeden Fall zubauen. Dann werde ich jetzt dem Förster hier einmal sagen, dass er die Ecke mal bitte freilässt. Und das gleiche gilt dann auch für diesen Förster. So. Dann können wir die nämlich später, denke ich, ganz gut erweitern. Jetzt brauchen wir hier zwischen schon mal eine Straße. Die bauen wir hier hoch. Bis dahin. Hier rein. Und da rein. Dann. Das hätten wir ein bisschen anders planen sollen, glaube ich. Die breche ich nämlich nochmal ab. Weg damit. Und du auch. Dann wird gebaut. Neu. Bis dahin. Das passt natürlich nicht. Da muss die Straße auch nochmal abgerissen werden. Dann nehmen wir die auch raus. Dann bauen wir die nochmal komplett neu. So. Und so. Und hier können wir dann auch mal eben so rausgehen. So. Und. So. Dann brauchen wir hier noch einen Brunnen. Das wird halt schon wieder so ein Mörderbauprojekt werden jetzt. Der Brunnen hat da den Eingang. So. Und das Ganze einmal spiegeln. So. Muss dann aber auch angeschlossen werden. Dafür eine kleine Straße. Also ein Pfad. Der reicht da vollkommen aus. Und wenn die hier die Ecke dann abgebaut haben. So sollten wir auch genug Batterien bekommen. Es geht natürlich Unmengen Holz hier runter. Aber dafür sollten wir dann auch wieder genug Batterien bekommen. Und das ist halt im Moment sehr wichtig für uns. Da wird auch schon Nahrung und alles hier runter geliefert. Weil haben wir eigentlich ja genug. Ja der Turm ist auch noch nicht ganz fertig. Aber ich denke. Dass die jetzt hier relativ schnell anfangen zu arbeiten. Ich könnte jetzt natürlich dem Holzfäller sagen. Passt mal auf. Moment. Das ist der Lumberjack auch. Er primär versuchen soll hier oben die Ecke abzuarbeiten. Und nur ansonsten andere Sachen. Wo sie ja eh nicht anpflanzen dürfen. Damit wir hier die Schaffarm erweitern können. Wisst ihr? Wir werden natürlich hier keine Äpfel reinkriegen. Das heißt ich werde hier vermutlich die kleinen Batterien lassen. Und werde hinten die Häuser nach und nach erweitern und vergrößern. Und ich sehe gerade. Dass auch hier der Durchbruch zur Kohlemine geschaffen wurde. Und so. Damit können wir dann diesen Pfad eigentlich auch gleich begehen. Ah. Mit Schießen hat er es noch nicht so. Ich glaube auch er hat ein bisschen wenig Bauplatz aktuell. Kriegt zumindest immer wieder eins auf die Nase. Oh. Wir sind nichts am Erforschen. Das ist natürlich schlecht. Mining Speed könnten wir hochsetzen. Was sagt ihr denn hier? 30. Ah. Die Nägel stellen wir noch nicht her. Moment. Was wollt ihr? Ihr wollt auch Nägel haben. Transport. Wir könnten natürlich die Sachen einfach schon mal erforschen. Construction. Baugeschwindigkeit hoch. Was kostet das denn? Na gut. Das sind halt alles Sachen, die wir gerade wirklich im Ausbau dringend brauchen eigentlich. Aber wie gesagt. Forschung ist halt wichtig. Da sind auch Gebäude schon fertig. Die ersten. Da ist auch Nahrung. Das heißt Energie läuft schon mal wieder besser. Wir haben das System ein bisschen besser ans Laufen gekriegt. Was? Ich habe ein bisschen Gebiet verloren. Aber nicht schlimm würde ich sagen. Das war halt extrem wenig gerade. Na ehrlich. Die sind hier die ganze Zeit Schmelzen am Bauern. Allerdings bringen die Schmelzen denen überhaupt nichts. So wie ich das sehe. Weil sie sowieso nicht eingesetzt werden können. So. Du arbeitest nicht. Weil. Warum du arbeitest du auch nicht? Holzmangel. Holzmangel. Gut. Gleich sind die Schaffarmen fertig. Da ist die erste gebaut. Natürlich genau die, die jetzt nicht so dringend gewesen wäre. Weil die hier hat halt die 50 Felder schon voll. Deswegen wäre die sinnvoller im Moment. Und da ist die zweite auch fertig. Dann ist alles okay. Will ich nichts gesagt haben. So. Energie sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Die müssten wir im Griff haben. Das Ding hier oben brennt alles schön vor sich hin. Und wir haben. Hat er das abgerissen? Oder warum haben wir das? Der hat ein Gebäude abgerissen. Das muss ich jetzt aber nicht verstehen. Oder? Ich meine wir haben ja jetzt nichts erweitert. Ah. Okay. Das ist repariert. Deswegen. Dadurch dass das repariert ist, hat das auch seinen Radius erweitert. Sehr gut. Muss man ja wissen. Woher soll man das auch sonst wissen? Man muss es ja testen. So. Was ist mit meiner Maus? Leute. Ich sehe meine Maus nicht. Die steht da unten auf der Stelle. Jetzt geht sie wieder. Seltsam. Ist irgendwie gerade kurz ausgefallen. Geschwindigkeit anpassen passt. So. Der hat auf jeden Fall keine Steine mehr. Das heißt, ich kann diesen einfach mal platt machen. So. Ja. Ich will sie abreißen. Hier oben fehlt noch zwei Holz. Energiezellen kommen halt echt gut runter. Jetzt möchte ich aber mal was anderes. Dadurch dass wir diese endlose Steinmine haben bauen. Das habe ich noch nicht mehr erforscht. Okay. Hat sich erledigt. Hier fehlt noch ein einziges. Dann ist die Forschung auf jeden Fall durch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da geforscht habe. Auf jeden Fall ist es fertig geforscht. Ah ja. Okay. Die Baugeschwindigkeit haben wir hochgesetzt. Dann möchte ich jetzt hier die Transport. Dass wir mal Steinstraßen bekommen. Mal schauen, was uns die dann im Endeffekt bringen. Und wie sich das Ganze dann verhält. Dann kann es auch gut sein, dass wir gleich das Gebäude hier ausbauen müssen. Warum ist das hier auch noch nicht fertig? Da ist aber schon wieder was auf dem Weg. Okay. Immerhin etwas. Da ist auch einer auf dem Weg. Ja gut. Wir haben jetzt da unten echt viel gebaut. Aber eigentlich nichts, wo wir die Hölzer hätten für gebraucht. Naja gut. Wir lassen das mal laufen. Im Moment sieht es ja echt gut aus. Kohle liegt da. Hier liegt schon alles voll mit Kohle. Ah, die können direkt anfangen zu arbeiten. Wunderbar. So, das ist jetzt gleich fertig, weil wir alle Sachen in der Lieferung haben, die wir brauchen. Das müsste beim Ofen nicht anders aussehen, ne? Ja, ne, da fehlen noch zwei. Da ist auch die Mine schon in der Planung. Wie weit ist sie? Okay, da fehlt noch ein bisschen mehr. Aber das haben wir gleich, das haben wir gleich. So, hier können wir natürlich auch nochmal ein Riesending hinbauen. Gut, da ist der Hinweis, die erste Schmiede ist fertig. Jetzt werden hier auch Nägel produziert und hier oben wird dann Eisen hergestellt. Sehr schön. Jetzt bin ich am überlegen. Wenn wir mehr Pfeile bauen würden, was wir ja theoretisch könnten, würden wir ja auch schneller schießen. Und wenn wir schneller schießen, kriegen wir also schneller runter. Das ist auch korrekt. Und somit werde ich jetzt hier nochmal drei, wenn ich das jetzt schon wieder mache, ich warte mal eben, bis die Schmiede hier noch fertig ist, damit die da nebenbei schon arbeiten können. Ah, okay, die letzte Planke ist auf dem Weg. Hier fehlt Eisen, das kommt da her, da passt das. Gut, dann haben wir die Ecke auf jeden Fall unter Kontrolle. So, hier will ich dann jetzt anfangen zu bauen. Und zwar brauche ich hier einmal einen Fletcher. So, den baue ich, ja, da kriege ich ihn nicht zwischengestopft. Kann ich ihn, ja, ich könnte ihn direkt an die Front bauen, ist zwar ein bisschen mit einem Risiko behaftet, aber, ah, schauen wir mal. Ob das eine gute Idee ist, warum kann ich da nicht lang bauen? So, da müssen wir es so rumbauen. Wollte ich eigentlich nicht, aber, mein Gott, ist halt so. Dann werden wir hier weiter bauen. Und zwar brauche ich jetzt einmal einen Förster. Den kann ich da hin bauen und dann brauche ich hier einen Lumberjuk. Lumberjuk. So, haben wir beides. So. Da kriegt das Gebäude hart auf die Nase. Jetzt werden hier die ersten Sachen hergestellt. Die Forschung ist noch nicht durch. Fehlen aber nur noch neun Steine, Energie ein bisschen. Und dann würde ich gerne zeitnah stärkere, nicht Energie, sondern stärkere Dinger bauen, Pfeile. Das mit der Nahrung ist halt eine echt Scheißidee gewesen, muss ich sagen. Jetzt haben wir nämlich hier einen riesen Nahrungsstau, wo die Steine durchmissen. Das kann ich eventuell aber anders lösen. Indem ich jetzt sage, hey, pass mal auf. Road. Dahin. Dahin. Und. Dahin. Weil Nahrung wird über diesen unteren Weg nicht transportiert. Pass auf, wenn jetzt nämlich die Arbeiter kommen, transportieren die über die Route die Steine weg. Weil Nahrung wäre das ein riesen Umweg, ne? Ja, perfekt. So habe ich mir das gewünscht. Gut, das Gebäude geht runter. Ob denen vielleicht die Rohstoffe ausgehen, um das Ding aufzuwerten. Oh, es schießt zurück. Er hat es geschafft. Er hat die ersten Pfeile. Mein Freund, der Gegner. Aber er kriegt härter auf die Nase als wir. Und wenn jetzt hier dann der Förster die ersten Sachen geforstet hat, dann würde ich sagen, es verdient sowieso Feierabend. So. Kann man alles hier zubauen. Da darfst du schön Holz anpflanzen. Ja, genau. Der läuft zwar jetzt bis nach da hinten, um zu helfen, aber damit haben wir dann zwei... Ja, nix. Cancel Upgrade. Bringen wir Steine hoch hier. Setz mal auf Prio. Das muss fertig werden, bevor er mir das kaputt schießt. Ist ja gar nicht klar hier. Was sind alle los mit dem? So, wir könnten hier oben noch einen Wachposten hinbauen. Okay, warte mal. Ja, Workshop. Möchte eine neue Auftrage haben. Select Research. Da könnten wir jetzt... Nein, Mining 2. Gold und Quarz haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Interessiert uns nicht. So, Military. Dann können wir jetzt sagen, hey, mach mal die nächsten Pfeile. Die müssten ja jetzt auch möglich sein. Ja, er kriegt schon ganz schön hart zugesetzt. Da lädt er auf. Da kommen nochmal neue Pfeile rein. Und dann, bumm, hat er wieder eins auf die Nase gekriegt. Oh, er hat ja jetzt auch das Gebäude hier ausgebaut. Und ich werde auch hier oben beschossen. Was ist denn da los, mein Freund? Du bist ganz schön mutig geworden. Gut, wir haben jetzt hier zu wenig Eisen. Aber da sind Nägel fertig geworden, die jetzt eigentlich hier in die Forschung rein sollten. Ja, da haben wir auch schon drei angekommen. Da ist noch einer auf dem Weg. Das heißt, wir brauchen noch sechs Nägel. Das läuft also langsam, aber sicher. Gut, wenn er das jetzt verliert, verliert er natürlich auch ganz schön an Nahrung. Das ist ein mega Eindruck für ihn. Jetzt wäre natürlich... Oh, er hat da hinten was erweitert. Da ist ein Steindeposit in Sicht. Warum sehe ich das denn jetzt? Ah, okay, mein Gebäude ist ausgebaut. Und da hat er schon das erste Ding auf die Nase gekriegt. Das müssen wir eben natürlich wegnehmen, damit ihm der Stein zum Ausbau abhanden kommt. Gut, upgraden können wir das jetzt nicht aktuell. Gut, ich könnte ihm natürlich jetzt sagen, greif erst den an, weil die anderen drei kann er danach ja in Ruhe machen. Das heißt, Change Target, dann wähle ich den aus und er greift den zuerst an. Ja, mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich denke schon. Damit müsste der nämlich auf jeden Fall gleich fallen. Seht ihr, jetzt kriegt er schon von beiden Seiten was auf die Nuss. Und die hier, die fallen dann nachher automatisch. Je weniger Stein er noch zur Verfügung hat, desto besser für uns. Schade aber, dass ich... Ah, Energiezellen haben wir zu wenig. Okay, das heißt, ich werde jetzt hier mal upgraden. Wir können ja immer nur eins upgraden, haben wir ja eben gemerkt. Und ich glaube, vom Gefühl her geht das schon ganz schön runter aktuell. Ja, so eine endlose Steinmine bringt halt nicht viel. Man könnte ja sonst sagen, wie man das bei den Siedlern gerne gemacht hat. Man hofft darauf, dass der Gegner irgendwann keine Steine mehr hat und provoziert ihn so lange. Aber da er ja oben endloser hat, wird das so nicht funktionieren. So. Wir sind aber hier hinten ganz gut abgesichert. Da mache ich mir jetzt eher keine Gedanken drum. So, das Gebäude. Ja, da braucht es ein bisschen an Stein. Haben halt einen langen Anreiseweg leider. Aber wir haben ja genug Stein. So ist das ja nicht. Ist ja auch eine endlose. Da fehlt aber auch wieder Energie, deswegen... Ah, okay. Der letzte Stein ist auf dem Weg. Egal. Und das Gebäude sieht kurz vorm Fall aus. Da bin ich zuversichtlich. Nächste Salve oder noch zwei vielleicht. Das gehört uns. Und dann nochmal von der anderen Seite was drauf bekommen. Das Problem ist halt, dass er dann direkt auf das Gebäude fließen wird. Das müssen wir dann gleich auch mal gucken. Wobei er schießt die ganze Zeit auf dieses Gebäude und das kriegt er nicht wirklich kaputt. Das heißt, ich werde auch jetzt das Gebäude dann auf Upgrade setzen. Und zwar jetzt. Naja, komm. Der Tower, der fällt ja wohl, oder? Was meint ihr? Da ist er kaputt. Warum haben... Oh doch, wir haben ihn übernommen. Alles klar. Gut zu wissen. Wo schließen wir den am besten an? Unten kommen wir nicht so wirklich hin. Okay. Und hier oben habe ich clevererweise die ganzen Bäumchen hingewaht. Ich bin ein Superheld. So, dann kann ich die Straße... Ich weiß, das ist eigentlich ziemlich dumm jetzt, dass wir die noch rübertragen. Dann kann ich aber die Straße nehmen, hier hochbauen. So, können wir das machen. Und dann kann ich hier den Pfad da unten ransetzen. Okay. Damit sollte dieser Turm eigentlich relativ zeitnah auch ausgebaut werden. Oh, da ist die Rakete. Das ist das Ding, was wir platt machen müssen. Ja, er hat schon Angst. Man merkt das. Er will nicht, dass das Gebäude aufgewertet wird. Und hier kriegt er halt richtig auf die Nase. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste ja bald auch genau hier unsere Forschung dann durch sein. Da fehlen auch nur noch zwei Nägel. Da oben werden welche hergestellt. Das ist die Frage, wie viele danach noch fehlen. Da ist einer fertig geworden. Der ist auch schon auf dem Weg. Und wenn ich das richtig sehe, hat er auch alles genau. Da wird auch der letzte hergestellt. Und dann ist die Forschung durch. Wir machen also mehr Dips. Bin nochmal gespannt, ob wir dann einen gewissen Nachteil dadurch bekommen, dass wir hier andere Materialien brauchen für die Pfeile. Oder auch erstmal hier unsere Pfeilmanufraktur upgraden müssen. Vermutlich schon. Und dann wird das irgendwas mit Metallpfeilen sein bestimmt. Da ist das nächste Gebäude jetzt unser. Das werden wir auch so schnell nicht anschließen können. Da sind die Pfeile completed. So, dann schauen wir mal. Machen unsere Dinger jetzt aktuell so mehr Schaden? Oder müssen wir jetzt wieder irgendwas über Upgrade regeln? Das hier nicht. Oh ja, 15. Ein Schatz 10. Finde ich klasse. Wir müssen nicht mal unsere Pfeile ändern. Da oben, das stürzt hier im Moment auch ein. Da haben wir noch irgendwie durch irgendeinen Grund ein neues Gebiet erhalten. Ah ja, gut. Weil das Ding ausgebaut worden ist. Und süß, wie er immer noch versucht, mein Gebäude einzunehmen. So, die Road. Kann man jetzt hier weiterbauen. Toll. Jetzt könnte ich hier nicht drüber bauen. Kann ich die abreißen? Ja. Abreißen kann ich den Blödsinn hier, um eine Straße zu bauen. So. Da hoch und da rüber. So. Dann müssen wir das Gebäude gleich reparieren. Alles in allem würde ich sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, um das Ganze hier zu einem erfolgreichen Sieg zu führen. Und man merkt mal wieder, Forschung war alles dadurch, dass wir so früh angefangen haben mit der Militärforschung. Was brauchen wir hier? Oh, die können wir direkt nochmal upgraden. Oder die Rüstung. Ich meine, er greift uns nicht wirklich hart an aktuell. Deswegen werde ich dann hier diese zweite Forschung in Auftrag geben, damit die Türme noch schneller den Schaden verteilen. Machen dann 20 pro Hit, wenn ich das richtig errechne. Hier kommen wir halt summerweise nicht durch. Das war halt echt eine kleine Fehlplanung. Aber wenn wir das dann übernommen haben, können wir dann auch hier runter bauen. Der Turm fällt von alleine, da mache ich mir gar keine Gedanken drum. So, und hier stehen wir halt mittendrin. Oben der wird fallen. Warum eigentlich? Er müsste ihn in der Theorie zumindest reparieren können. Aber ich glaube, er hat die Verteidigungs-Upgrades nicht drauf. Dadurch machen wir halt A mehr Schaden und B kann er nicht schneller reparieren, weil ihm das Upgrade dazu fehlt. Der Turm, der mich am meisten genervt hat, fällt jeden Moment. So, und damit bricht auch weiterhin seine Eisenproduktion zusammen. Er dürfte also nicht mehr viel entgegensetzen können. Zumindest nicht mehr lange. Ist die Frage jetzt, die Gebäude, die er gebaut hat, ne? Weil das ist ja noch fertig. Kann ich das jetzt einfach mit einer Straße bei mir anbinden? So. Ich meine. Ne. Kann ich also nur abreißen. Okay. Kennt es scheu? Hä? Wieso kann ich denn das Gebäude nicht zerstören? Muss ich jetzt dem sein Bullshit da wirklich behalten? Okay, jetzt ist es halt niedergewandt. Aber das Gebäude brennt hier. Ah, es verschwindet automatisch. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Das weg, das weg. Ah, ne, komm. Den lassen wir mal ganz. Da bauen wir einfach eine Road drüber. So. Dann ist der angeschlossen. Und wir können ihn... Ja, nicht upgraden. Aber wir können ihn reparieren. Da sind sogar noch Pfeile drin. Cool. Er wird mit seinen eigenen Pfeilen beschossen. Na, danke nochmal, dass du sie gebaut hast. Den Tower haben sie retten können. Okay. Aber nicht lange, bin ich sicher. Und hier bricht weiterhin seine Verteidigung ein. Das kann weg, das kann weg. Und dann können wir hier vorne nämlich dann auch unsere Straße anschließen. Und einmal... Uh, müssen wir mal richtig gucken. So, dann ist die auf jeden Fall angeschlossen. Auch wenn es wieder meine typische Krüppelbauweise ist. So, das wird angeschlossen. Und ich werde diesen Tower gleich upgraden, damit ich auf den und auf den schießen kann. Ich würde aber sagen, alles in allem wirklich, er hat nichts mehr entgegenzusetzen. Gut, hier wird noch ein bisschen geschossen, ein bisschen Ärger gemacht. Ja, hier hinten versucht er noch die Gebäude aufzuwerten, die Türme, um mir mehr Ärger zu machen. Das kann ich halt leider auch nicht upgraden, weil wir die Baumaterialien noch nicht haben, um es fertig zu bauen. Ah ja, stimmt, das habe ich voll vercheckt. Wobei, wir haben genug Nahrung. Ich müsste das jetzt nicht mal überarbeiten. Was wir aber zu wenig haben, das ist Energie. Start Upgrade kann man. Ja, in beiden Minen fehlt irgendwie noch Energie. Auch in der Forschung fehlt hauptsächlich Energie, glaube ich. Ja, 55% haben wir. Es geht weiter und da machen unsere Pfeile nochmal ein bisschen mehr Schaden. Hier sehen wir auch, wie die Reparatur voranschreitet. Ja, er ist halt, wenn ich das auch so sehe in seiner Wirtschaft, klar, hier wird viel auf Krieg und sowas ausgelegt. Aber es ist nicht so, dass seine Arbeiter wirklich gute Arbeit leisten. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob er genug Energiezellen in allem drin hat. Ich meine, klar, er hat da oben noch eine ganze Menge Gebäude stehen, so wie ich das sehe. Hier, die auch jetzt bald weichen müssen. Ich werde versuchen, hier über die Mitte einfach voranzutreiben, das Ganze. Dafür brauchen wir aber noch ein weiteres Gebäude, da bin ich mir sicher. Er wird ja hier nichts bauen können. Da muss ich dann ran. Jetzt kann ich das nur leider an dieser Stelle nicht. Was haben wir denn, wenn wir das hier ausbauen? Okay, der kann im Moment nur das, aber der Radius dürfte sich erweitern, wenn ich das ausbaue. Jetzt warte ich erstmal, okay, Upgrade Complete, dann können wir den hier upgraden. Ja, hier brennt auch alles sehr schön, so möchte ich das sehen. Wenn der gebaut ist, baue ich den aus. Ich muss halt echt an gesamter Front den Gegner jetzt unter Druck setzen. Jetzt wird das Gebäude. Ich finde es auch gut, dass er hin und her switcht und sich nicht auf einen Tower festlegt. Was man halt wirklich merkt, ist, dass wir doch in seine Richtung expandieren. Hier unten ist aber auch sonst nichts mehr. Nicht, dass ich da noch irgendwas übersehen habe. Klar, ich könnte hier oben noch Fische abbauen. Den kann ich erst upgraden, wenn der hier fertig ist. Da fehlen uns aber noch einiges an Steinen auch. Die müssen halt wirklich von ganz unten dummerweise angeliefert werden. Vielleicht, was heißt vielleicht, sicher werde ich jetzt hier noch ein neues Gebäude bauen. Und zwar nochmal eine Mine. Damit, nee, eine, so eine Mine. Da. So, damit ich diesen Steinberg angrabe und die Laufwege einfach ein bisschen kürzer werden. Hier liegen schon genug Pfeile auf Vorrat. Und da ist sein nächstes Gebäude gefallen. Und schnell noch die Straße hochbauen. So. 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 Ja, könnte man garantiert schöner bauen. Lustig auch hier wieder. Was heißt, nee, nicht lustig, aber schön. Wir haben ihn sehr nah an der Front. Womit wir dann mindestens die beiden angreifen können. Construction complete. Die Mine ist schon gebaut. Seht ihr mal, wie schnell das gerade geht. Warum spielen wir eigentlich auf zwei? Ey. Sorry. Sorry, sorry. Voll nicht dran gedacht. Normalerweise, wie gesagt, bist du selber schwierig. Nur auf der höchsten Schwindigkeit und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad natürlich. Das tun wir ja hier auch. Wobei normal hier der höchste Schwierigkeitsgrad zu sein scheint. So. Das sind halt Türme, die sich auch nicht wehren können. Die hat er nicht ausgebaut. Selber schuld. Mehr sage ich dazu nicht. Und da ist der nächste gefallen. Der wird jetzt jeden Moment hinterherfallen. Und ich würde sagen, dass wir seine Rakete jeden Moment zerstören können. So. Der ist noch komplett in Ordnung, der Turm. Workshop ist idle. Das heißt, die Forschung ist durch. Ja, wunderbar. Select researched. Wir könnten jetzt auf Construction weitersetzen. Ja, sechs Tage. Das bringt uns alles nichts. Eine Brick. Warte mal. Ne, ne, ne. Wir haben gar keinen Clay. Also wir kommen gar nicht höher. Das ist ganz klar. Mining. Könnten wir Mining Speed noch erhöhen? Oder Mining 2? Mining 2 brauchen wir nicht. Mining Speed wäre aber interessant. Nur, dass wir überhaupt was noch erforschen. Nicht das, was wir jetzt bräuchten. Ding ist halt, wir müssen jetzt die Tower auch selber ausbauen. Jetzt schießt der auch noch. Ja, wunderbar. Dann Start Upgrade. Einfach nur, um ihn da in die Enge zu treiben. Wir kommen da oben sowieso auf dem Weg hier gerade gar nicht ran, wenn ich das richtig sehe. Wie hat denn der das überhaupt gemacht? Gut, der ist von unten ran und einmal oben rum. Ja, okay. Du kannst den nicht angreifen. Doch. Warum du den nicht angreifen tun? Ich meine, du hast Pfeile, du hast alles. Change Target. Habt ihr irgendwie so eine geheime Freundschaft? Oder? Also wenn da einer weiß, warum er das nicht macht, einfach immer in die Kommentare damit. Und warum kann ich das Ding nicht verbinden? Ey, weil da so eine blöde Rampe ist, oder was? Leute. Ich hab das doch nicht so verkrüppelt gebaut. Was ist denn los mit euch? So, jetzt geht's auf jeden Fall. Das müssen wir dann auf jeden Fall als nächstes auch upgraden. Dadurch, dass die Steine jetzt von hier aus kommen, geht das natürlich auch alles ein bisschen schneller. Kann das sein, dass er den nicht sieht, weil da der Fels im Weg ist? Das wäre echt der Hammer. Ja, muss auf jeden Fall repariert werden. Holz haben wir hier oben ja auch genug. Und jetzt sehen wir auf jeden Fall mal seine gesamte Siedlung. Also er hat es vom Anfang her natürlich nicht ganz so leicht wie ich, würde ich sagen. Einfach dadurch, dass ich ihm beide Eisenminen genommen habe und er hatte kein Eisen zum Start. Aber dafür war er halt mit den Steinen besser dran, weil er seine Steinminen näher hatte wie ich. Er hatte auch keine Kohle, ne? Ja, okay. Das macht das Level natürlich auch extrem einfach. Wobei, wenn er Kohle hatte, kann ja auch sein, dass er die schon alle abgebaut hat. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Und wir haben eine Goldmedaille. Wir haben elf Monate, zehn Tage gebraucht. Das ist super schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir gehabt haben. Im ersten Anlauf Gold zu schaffen, bin ich absolut mit einverstanden. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hofft, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ne, ich warte. Ich wäre auch falsch. Ich wünsche einen recht schönen Abend. Passt auf euch auf. Euer Yuseko.